Wenn ich das so natürlich in dieser Art und Weise tatsächlich noch nicht gesagt habe und dann kann man vielleicht auch ein bisschen davon ausgehen, ob einem das dann auch schmeckt, dieser Verdampfer, mit eben dieser Geschmacksrichtung, mit diesen Dingen, die ich so vor mich hindampfe. Jemand, der meine Videos ansieht und Collada liebt und nur fruchtig, sauer liebt oder wie auch immer, wird wahrscheinlich mit meinen Urteilen relativ wenig anfangen, weil ich das selber zumindest mal wieder zu knappen 100% nicht dampfe. Wenn, dann sind das Ausreißer und es ist dann nicht so, dass ich daraufhin dann wirklich ein Urteil über den Verdampfer abgeben könnte, wenn ich ein Liquid neu habe und es vielleicht einmal vorher irgendwo hineingeschüttet habe und dann gebe ich das jetzt als Referenz in einen anderen Verdampfer. Dann kann ich nicht mitreden. Ja, das ist es nicht. Deswegen ganz gerne, ich werde immer dünkel heute schon wieder hier, wunderbar. Also wenn hier bald nur noch schwarz ist, alles gut, ihr hört mich, dann machen wir einen Podcast draus. Aber alles andere, was ich jetzt hier zeige, das kenne ich und die Dinge, die ich jetzt kritisch betrachte bei den Liquids, die ich jetzt hier habe, da sind auch einige dabei, könnt ihr auch gerne eure Meinung dann hier kundtun. Ich bekomme übrigens am Samstag, Johnny Versace, grüß dich und wunderschönen guten Abend. Ich bekomme am Sonntag, Sonntagvormittag übrigens von Golden Creek Liquid, was ich nur einmal gekostet habe und mich aber sofort verliebt habe. Da bin ich auch gespannt, ob das so ein Messe-Effekt ist. Kennt man, man kostet großartig. Zu Hause, naja, nach einer Woche ist im Regal und nach zwei Jahren wird es dann weggeschmissen oder ob das tatsächlich dauerhaft dann für mich ein Gutes wird. Da bin ich sehr, 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 sehr neugierig. Was mittlerweile wahrscheinlich jeder schon gesehen hat bei mir, Royal Grave. Sieht man jetzt hier scheiße, weil es grün ist. Glaubt mir aber, dass es das ist. Von Headshots Concentrate. Das ist so gut wie mein Olde jetzt im Moment. Das, ich wollte schon sagen, fresse ich weg. Also nein, ich dampfe schon. Mal lesen, was hier genau in der Beschreibung hier steht. Auf jeden Fall französischer Rum. Ihr werdet sehen, ich habe es auch mit Alkohol. Das ist halt irgendwie so. AX57, wunderschönen. Aber nichts zu interpretieren. Es geht auch ohne Alkohol ganz gut. Aber bei Liquid mag ich es tatsächlich sehr. Mit Vanilleglasur das Ganze hier kombiniert. Und das Ganze auch noch mit Birne. Da hast du auch noch so einen Birnengeschmack dabei. Riecht auch entsprechend. Und das ist wirklich das, was bei allen MTL-Geräten, muss mir das hier auf jeden Fall munden. Und da habe ich jetzt zum Beispiel jetzt eben ein Problem mit dem neuen Drum 4. Immer noch nicht, dass es mit diesem Liquid hier schmeckt. Es schmeckt aber jetzt grandios und wunderbar mit Onkel Nickys Eierflip. Ich weiß, das mag jetzt hier nicht jeder. Weiß ich schon. Trotzdem, Onkel Nickys Eierflip ist die Nummer 2 in dem, was eigentlich immer bei mir mit ist. Also täglich entweder oder. Black Agent freut sich. Es ist glaube ich mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, sein Lieblingsliquid. Also wenn ihr ihm was Gutes tun wollt, bitte schickt Black Agent kiloweise Onkel Nickys Eierflip. Und er mischt es dann und schickt es dann weiter an mich. So, ein großartiges Ding. Und das hier schmeckt 1 zu 1 so, wie es gehört hier im neuen Drum 4. Spannend, weil das andere Liquid schmeckt mir immer noch nicht in dem. Und damit habe ich jetzt aber tatsächlich mein Urteil auch über dieses Teil hier gefällt. Und da werde ich jetzt auch demnächst endlich das Video machen. Es wird Zeit. Schöne Versace hat heute von einem Arbeitskollegen eine 200ml Hello Wienchen Flasche bekommen. Ich meine, ihm hat es nicht geschmeckt. Und für mich etwas ganz Neues. Kommt auch hier in der heutigen Auswahl. Ist auch dabei. Also, das hier auch ein Olde. Wenn es um Tabak geht. Ja, die Flasche alleine sagt euch nichts, weil das ist wirklich ein reines Aroma. Billy the Kid. Das ist schon. Also was nussig-tabackiges. Sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall so meine Referenz. Eines meiner wirklichen Favoriten, wenn es um Tabakaromen geht. Ja, liebe ich unglaublich. Und etwas, das habe ich jetzt eher neu so im täglichen Gebrauch. Alpha-Virus Kirschjoghurt. Das ist für mich ungewöhnlich, weil ich eigentlich im MTL-Bereich, ja man sieht es ja immer noch. Irgendwann kaufe ich mal eine zweite Lampe, dann sieht man das hier auch besser. Kirschjoghurt ist so ein bisschen gefährlich. Das hier schmeckt so und riecht auch, muss man sagen, sehr, sehr künstlich. Also das ist jetzt kein frisches Joghurt, das ich mir mit frischen Kirschen hier gerade angemacht habe. Schmeckt wie, oder riecht auch wie so Bonbon. Ja, ein richtiges Kirschbonbon. Und es kommt halt dann so ein Joghurtgeschmack mit. Wer künstlichen Geschmack mag, das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern eben so Süßigkeiten. Kirschjoghurt, kann man sich da mal hier anschauen, Alpha-Virus. Mag ich, mag ich, aber auch erst seit kurzem. Das stand lang bei mir rum, war so eines derer, die ich irgendwie vernachlässigt habe. Und jetzt aber seit einiger Zeit, mir das wieder regelmäßig gebe. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es wieder mal gefunden habe. Ich muss nur meine, meine große Kiste hier ein bisschen näher holen. Und zwar meine MTL-Kiste. Und da ein bisschen thematisch die Dinge, die ich habe, auch mit einem kleinen Urteil meinerseits. Es kommt Weihnachten, es kommt der Winter. Da ist natürlich zuckersüße, knackige, gebrannte Mandel. So, immer wieder mal, ich halte es trotzdem da rein, man erkennt es ja so halbwegs. Also, da gibt es ungefähr 50-50. 50% der Leute, die ich kenne, die das hier haben, verehren es tatsächlich. Und die anderen 50% hassen es. Es ist wirklich so. In meinem persönlichen Umfeld kenne ich niemanden, der sagt, ja geht so. Also entweder oder. Ja. So was gibt es. Man kennt das auch von einem anderen Hersteller. Habe ich noch einen angefangenen Jojo Sherry, auch ein Kirschjoghurt. Geht nicht, kommt in den Mistkübel. Schmeckt das also auch so nach künstlichem Süßkram. Und diese knackig gebrannten Mandeln waren bei mir kurz im letzten Winter. Olde, kurz. Keine Ahnung, drei Wochen. Und dann habe ich es tatsächlich satt gehabt. Dann konnte ich es nicht mehr sehen. Jetzt bin ich gespannt wieder auf den jetzigen Herbst, Winter, wenn ich mir das jetzt hier nach einem Jahr dann wieder hineingebe. Über den Sommer war die Versuchung relativ gering, das hier zu machen. zu kosten. Ist eben eine Christmas Edition. Ich werde dem wieder eine Chance geben. Und jetzt beim Hinriechen, ja, könnte es schon einen positiven Effekt haben. Also es gibt so Sachen, da hat man sich auch irgendwann satt gedampft. Auch schon nach wenigen Wochen. Und das war tatsächlich so. Ich hatte es nicht gedacht. Ich dachte, das habe ich immer. Ab jetzt. Immer. Nein, doch nicht. Aber ist halt für Weihnachten, ist halt für Winter. Webzilla, einen wunderschönen. Was auch immer wieder mal geht, aber das habe ich monatelang täglich mitgehabt. Banana Split, monatelang. Ja. Ach, wozu zeige ich denn das überhaupt hierher? Man erkennt ja sowieso hier nicht. Dampft ihr das mit Dr. Kero? Habe ich wahnsinnig geliebt, habe ich aber wirklich, das muss ich gestehen, zu viel gedampft. Ob ich mir das jetzt wiedergebe, weiß nicht. Beim Riechen ist es schon wieder, dass ich es aussaufen könnte. Ja, also Schokobanane. Für mich Schokobanane, es war für mich noch nie Banana Split. Einfach deswegen, hier ist auch drauf, Schoko und Banane. Für Bananensplit gehört für mich dazu, ja, was? Vanille. Im besten Fall auch noch Schlagobers, also Sahne. Und als Streusel oben drüber, Mandel. Dann wäre es ein toller Bananensplit. Hier ist es halt eben Banane mit Schoko. Man hätte es auch nennen können, Schokobanane. Ja. Das ist es. Wird sicher wieder, wird sicher wieder von mir gekostet werden, ja. Anfangs wie ein normales Kirschjoghurt, aber nach ein paar Zügen kann ich nicht mehr. Irgendein komischer Beigeschmack. Gerade das Thema Beigeschmäcker sind furchtbar. Beigeschmack ist furchtbar. Das war wie diese, was war das, Vanillemilch oder so ähnlich. Eh, auch vom selben hier, der diese gebrannten Mandeln hier macht. Wo ich immer gesagt habe, ich schmecke hier einfach immer Kotze raus. Es hat immer so für mich einen Beigeschmack, da ist etwas, das erinnert mich an Kotze. Kriegst du ja nie weg. Kriegst du logischerweise nie, nie weg, wenn du so eine Assoziation hast. Das werden auch nicht die meisten haben, diesen Gedanken beim Dampfen von dem. Bei mir war es absolut vordergründig. Eben, wie so übersaure Milch. Hier wurde Halloweenchen genannt. Da ist es. Ja, auf das freue ich mich auch. Das habe ich im Sommer versucht. Das ist tatsächlich mal so eines, das kann ich nicht, das kann ich nicht im Sommer dampfen. Aber ich freue mich hier darauf wieder. Es ist halt schon wahnsinnig süß. Es ist sehr süß von Nebelfee hier. Ja, aber eben nichts fürs ganze Jahr. Aber bei kälteren Tagen, ich freue mich schon wieder drauf. Buttermilch. Ja, kann sein, dass das was auch mit so butteriges Buttermilch war. Auf jeden Fall, wie gesagt, für mich Kotze. Das Choco-Arauschen-Soufflé, das ich von dir probieren durfte, war auch Oberhammer. Ich glaube, da habe ich sogar noch so ein bisschen Rest hier. Ja. Ihr werdet lachen. Ich habe mich für jetzt drei Jahre, habe mich aber noch nie an ein Tabak-Aroma rangewagt. Und vielleicht war es auch gut, weil jetzt langsam kommen fantastische. Früher habe ich da auch eher keine, keine, keine großartigen gefunden. Das selbe Problem hat Carlos mit 510 Apple Ranger. Geht auch nicht. Genau, Apple Ranger ist auch nichts für mich. Das kann ich auch nicht. Aber überhaupt nicht. Ein anderes habe ich, aber Apple Ranger geht nicht. Leckere weihnachtliche Glühwein-Bonbons. Auch hier die Christmas Edition. Und das ist halt künstlich. Riecht auch wahnsinnig übertrieben süß. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass es so süß schmeckt, wie es hier riecht. Und eher wie so Zuckerl, wie so Bonbons wieder. So Glühwein-Bonbons. Ich kenne da eine Firma oder hatte da mal welche. Die schmecken ziemlich eins zu eins mit dem. Man muss halt süßen Glühwein mögen. Dann ist man bei dem hier nicht so falsch unterwegs. Ich hatte noch nie was mit Apfel, was mir geschmeckt hat. Ja, dabei mag ich Äpfel sonst. Ja, das ist aber auch deswegen, weil nichts nach Apfel schmeckt. Es schmeckt halt nach Apfelsirup. Nach Apfelsaft künstlichem. Es schmeckt halt nach dem, was Leute glauben. Wie Äpfel vielleicht schmecken, wenn man sie künstlich hat. Aber frischer Geschmack eines Apfels. Ja. Hatte ich noch nie. Also wenn da jemand einen Tipp hat von wirklich einem frischen Apfel. Kein Apfel-Bonbon. Keine Schokolade mit Apfelraspern. Einfach Apfel. Die auch so schmeckt. Lange nicht gewollt. Mittlerweile geht es, und zwar ganz gut eigentlich, Cinnamon von 510 Cloud Park. 510 Bakery. Cinnamon, da war ich auch ein bisschen skeptisch. Ich bin auch auf der Beschreibung immer noch skeptisch. Denn es ist halt sehr zimtig und ich schmecke auch etwas Teigiges raus. Aber so Zimtschnecke. Jetzt muss ich aber auch gestehen, dass der Österreicher an sich unter einer Zimtschnecke etwas anderes ein bisschen versteht. Als man das in Deutschland auch so kennt. Da gehört mehr dazu. Für eine österreichische Variante. Und an die erinnert es mich halt eben nicht. Aber, wenn ich mal sage, ein bisschen Richtung Franzbrötchen. Da gibt es ja auch verschiedenste Hamburg und Umgebung. Verschiedene Arten. Ich kenne vom Hamburger Hauptbahnhof, denn ja jeder, der dort schon war oder lebt und so weiter, eine sehr bekannte Kette. Ich habe den Namen jetzt nicht, aber ich weiß, ich würde sie wiedererkennen. Die halt eben Franzbrötchen unter anderem eben auch verkaufen. Und die haben halt eine Variante, auch mit Apfel, beziehungsweise auch die Natur. Und die schmecken sehr ähnlich wie diese hier. Also wer Franzbrötchen mag, Cinnamon. Würde ich auf jeden Fall dann empfehlen. Black Agent 510 finde ich mega zu süß. Ich finde es mega süß. Ich finde es halt noch nicht mega zu süß, aber ich finde es mega süß. Gut, man kann es weiter strecken. Das ist ja noch möglich wenigstens. Richtig beschissen wäre es halt andersrum, wenn es schon von Haus aus zu flach wäre. Das wäre lästig. Aber so geht es. Soundpate AC. Wunderschönen guten Abend. Aber er geht. White Ranger. Das war halt bei mir auch kurze Zeit. Ich habe mir eingebildet, es wäre sowas wie ein Oldie. Es war aber nie ein Oldie. Schon alleine, weil ich genau das, was es ja eigentlich sein soll, diese Tick-Tack, schon hin und wieder mal früher gegessen habe, aber nie weggesuchtet habe und nie wirklich geliebt habe. Ja, Patrizia, genau. Das ist Tick-Tack, ja. Es riecht auch exakt so. Also sie haben es wirklich großartigst getroffen. Sie haben das perfekt hinbekommen. Jetzt muss man halt auch noch die Tick-Tack wirklich lieben, um das dann richtig dann genießen zu können. Hat natürlich auch für mich diesen kühlenden Effekt. Jemand, der wirklich Kühle mag, dem wird hier langweilig. Ich mag ja keine Kühle. Für mich ist das hier schon ausreichend kühl. Fast schon übertrieben kühl. Deswegen, das ist immer wieder für mich möglich, hin und wieder einen Tank, so spaßhalber zwischendurch und dann wieder Ruhe damit. Ja, dann wieder Ruhe. Aber, das ist es halt. Es ist perfekt getroffen. Jetzt muss man aber natürlich halt dann auch das noch wirklich feiern und mögen, das ursprüngliche Produkt. Insta, Manuel, ich grüße dich. Cineworld von Perheit schon probiert. Nö, hat er nicht. Hab ich nicht. Kommt das mehr an, wie soll ich sagen? Also wenn, wenn ich es probiert habe, dann maximal so bei einer Messe mal so irgendwie dran, ja, geschnufelt. Mehr nicht, ja. Mehr nicht. Kommt das mehr an einer Zimtschnecke ran? Weil das wäre es so, ich sage mal, eine österreichische Zimtschnecke. Das wäre es, ja. Dann wäre das hier vielleicht so Ranking ein 2- des Cinnamon. Und vor allem mit der Erklärung einer Zimtschnecke. Aber wenn es da eine österreichische Variante quasi gäbe, so mit allem drum und dran, was da irgendwie da unten noch reingehört, das wäre dann der römische Einser. Ja. Zu früh bei diesem Fläschchen sind wir noch nicht. Wir sind jetzt wieder fast mal hier bei Weihnachten. Zui Santa von Naughty Nice, Bratapfel mit Vanillesoße. Das ist so ein klassischer Messefund, ja. Nette Mädels, netter Stand, man kostet sich durch. Man sieht an, man denkt, ach, ich bin im Himmel, man nimmt es mit zu Hause, naja, ich war wieder auf der Erde. Es ist nicht schlecht. Aber diese Erleuchtung, die ich da hatte, das ist so typisches, ja, bei der Messe ist alles geil. Diese Erleuchtung, die ich dort hatte, hat sich zu Hause nicht wieder eingestellt. Deswegen ist da, wenn ich mir dieses Fläschchen hier ansehe, also wahrscheinlich ein Zentimeter hier weg gedampft. Und der Rest wartet halt auf bessere Zeiten. Ich weiß nicht, ob sie kommen. Noch bin ich ein bisschen zu faul, um es wegzugeben. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Vielleicht ist es nach zwei Jahren besser. Wahrscheinlich nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Haupttreffer. Wirklich nicht, ja. Mein Olde ist Fisherman's Friends mit Menthol. Kühle mag ich aber auch nicht. Ja, dann, wer es nicht kühl mag, bitte Fisherman's Friends. Also, ja. Das ganze Übermentholige. Egal, ob beim Dampfen oder beim Essen oder beim Trinken oder bei was auch immer. Coffee Time. Pumpkin Spice Latte. Das war auch ein Messefund und der hat mir aber wirklich gemundet. Da habe ich zwei Fläschchen mit, oder drei sogar mitgenommen. Ja, zweieinhalb sind weg. Ach, ja. Erinnert mich nicht nur hier an der Art des Logos. Ein bisschen an einen nicht so ganz unbekannten Kaffeeanbieter. Also, ihr wisst, Starbucks will er sagen, aber er schafft es nicht zum Rundherumreden. Und eine klassische Zimtschnecke kommt es auch nicht zu 100% ran. Ja, aber es klingt zumindest mal so, als ging es in die richtige Richtung. Dann wäre das vielleicht interessant. Dann wäre das vielleicht was für mich. Das kann gut sein. Da gibt es ja auch immer bei Starbucks diese Winter Editions. Unter anderem halt, ob das jetzt auch Pumpkin Spice Latte heißt, ist mir auch Latte. Das weiß ich nicht. Aber in etwa, so ähnlich heißt das dann dort auch. Und es riecht auch schon so. Da bin ich ehrlich gesagt bei Starbucks. Also wer jetzt Starbucks ablehnt und sagt, na scheiße, nie wieder, mache ich nicht. Dann das hier auch nicht ausprobieren. Ansonsten, wer es auch ganz gern süß mag, das muss man auch sagen, es ist nicht wenig süß. Funktioniert grandios bei mir MTL. Das erwähne ich jetzt deswegen, weil ich auch Leute kenne, die genau das gleiche auch gerne haben, aber ein MTL hassen. Ja, da kann ich jetzt nicht mitreden. Also ich spreche ja jetzt hier wirklich von meinen MTL-Geschichten. Das Schlickwitz. Cinnamon, Sugar, Apple. Wir bleiben im Winter, wir bleiben bei Cinnamon. Natürlich auch wieder ein künstlicher Apfel. Auch das hier, obwohl das jetzt hier ja eigentlich rankommen sollte. Black Agent ist kurz am Kühlschrank. Es ist heiß in seiner Wohnung, das ist verständlich. Kurze Abkühlung. Bringen wir bitte was mit. Auf jeden Fall hier, es suggeriert ja, Cinnamon, Sugar, Apple. Ein frischer Apfel. Diese roten Zuckeräpfel, da keine Ahnung, wie die eigentlich wirklich heißen. Ja, diese glassierten Äpfel. Ich glaube, die heißen auch so. Wo man nicht abbeißen kann. Zumindest nicht, wenn man schon im Besitz einer Krone, Minimum, im Mund ist. Dann ist alles weg. Ansonsten, muss ich ehrlich sagen, ist das hier sehr gut. Obwohl auch kein richtig frischer Apfel. Das Problem bleibt hier gleich. Ist mir aber auf jeden Fall Apfel-Technisch und Zimt hier weit lieber sogar, als diese Glühwein-Bonbons, die ich gerade vorher gezeigt habe. Wir versuchen uns gerade an einem Eierlikör-Aroba. Leider noch etwas too much Alkohol-Note. Ja, bitte. Dann ist es ja für mich. Ja, genau. Die Madrid, der schreibt schon, da springt Robert sicher drauf an. Er ist schon, er fährt sofort nach Salzburg und wäre der beste Probekoster. Ich habe hier gerade noch den letzten Rest hier zu Hause vom Eierlikör mit Mohn. Auch eine gute Geschichte. Wenn nicht nachher überall hier Mohn im Maul wäre. Aber das ist eine gute Idee. Also wenn das auch so, man kann ja mal hernehmen und klinikt das Eierflip als Ausgangsbasis und dann einfach noch mehr, wie soll ich sagen, die Eierlikör-Note hervorholen. Also wenn ihr einen Tester braucht, sowohl hier oral als auch so inhalationstechnisch, an mich denken. Dankeschön. In Deutschland hießen die früher Liebesapfel. Ob das inzwischen auch sexistisch, rassistisch oder sonst ist, ist keine Ahnung. Ja, Liebesapfel wäre mir jetzt auch nicht genau eingefallen. Wobei natürlich, wenn du das hier hältst, der eine von der Seite, der andere von der Seite, man hängt für ewig aneinander, weil beide sich hier verkeilen und entweder die Zähne rausreißen. Liebesapfel, da hätte ich jetzt auch an was anderes gedacht, ehrlich gesagt. Morpheus, ich grüße dich. Servus, CBV, bestes Eierlikör-Aroma on Planet. Wieso kenne ich das noch nicht? Das muss ich kosten. Das muss ich kosten. Also ich will jetzt hier gerade quasi ein Video zusammenbauen für einen Zuseherwunsch und ich kriege hier die besten Tipps eigentlich. Eierlikör-Aroma ist schon eine coole Sache, wenn es gut ist. Ne, das sind Liebeskugeln. Huch, ja. Also, die Patricia ist jetzt voll im Thema. Ja gut, kleine Liebesäpfel können auch Liebeskugel werden. Also warum nicht? Ja, Morpheus, wir reden von diesen... Wie steht das hier? Duschliquids. Cinnamon, Sugar, Apple. Und da ist ja drauf dieser typische Jahrmarkt, Christkindlmarkt, Apfel, dieser klassierte. Und da gibt es sicher einen Fachbegriff, wie dieses Teil heißt. Und hier wurde vorgeschlagen, Liebesapfel. Aber, ja, warum nicht? Also, ich glaube es nicht, dass es bei uns Liebesapfel heißt. Außer im Sexshop, aber sonst. Don Cristo. Das war... Fall of Vape. Definitiv habe ich die mitgenommen. Na, Bratapfel doch nicht. Bratapfel ist ja... Ist ja diese warme Geschichte. Eis im Sinne von... So warm. Nein. Apfel, nur Zuckerglasur und ein Staberl unten dran. Und dann kann man es ja nicht abbeißen, weil eben das Gebiss drinnen picken bleibt. Das. 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 Adapfel ist auch eine gute Sache. Ich habe schon wieder Hunger. Ich möchte Liquid herzeigen, wir kommen nur zum Essen und zum Trinken da. Das ist Wahnsinn. Don Cristo. Ein typischer Messefund. Kaffee und Tabak. Das hat gar keine andere Bezeichnung. Heißt einfach Don Cristo und ist von Don Cristo, glaube ich. Das hat nicht einmal irgendwie... Plombenreißer. Das ist definitiv... Wie gesagt, also ab der ersten Krone, wenn man eine besitzt, nicht mehr essen. Außer vorher in den Häcksler schmeißen und dann trinken als Smoothie. Sonst geht es nicht. Das heißt einfach Don Cristo. Ich glaube, das heißt Don Cristo und ist auch von Don Cristo. Und ist aber auch völlig egal, weil es jetzt mich nicht wirklich vom Hocker gerissen hat. Außer bei der Messe. Auch ein Messefund, wo man sagt, hätte man sich sparen können, aber... Passiert. Ja, passiert. Trotzdem habe ich es noch nicht weggeschmissen. Das ist halt mal so. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zum Tabak. Für die Leute, die hier ganz gern Tabak mögen. Ja, ich nehme zuerst den hier. Das ist kein reiner Tabak. El Catalan. Tabak mit Cognac und Feige. Natürlich wieder Alkohol im Spiel. Und natürlich wieder zu dunkel, aber ihr könnt es euch hoffentlich vorstellen. Ansonsten, man kann es ja auch googeln, so ist es ja nicht. Wicked Vapor. Und das schmeckt super. Hat auch für mich genau diese richtige Mischung. Diese Mischung aus... Also nicht zu sehr in die Fresse mit dem Tabak. Das ist jetzt nicht ein schwerer Pfeifentabak oder so. Das ist schon was leichteres. Nach leichten Pfeifentabak, ich weiß. Ja, aber ich hoffe, man weiß, was ich meine. Da ist schon sehr wohl auch Feige und Cognac ein bisschen im Vordergrund. Das könnte jetzt wieder ein schlechtes Bild auf mich werfen, wenn ich sage, aber ich mag das sehr. Aber das mag ich wirklich sehr. Da traue ich mich nur nicht zu schnell, hier alles aufzudampfen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo ich das jetzt noch nachbekomme. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber das passt auch immer wunderbar in mein Fläscheweper. Liebe ich damit. Warum ich das gerade sage, weiß ich nicht, den Fläscheweper schmeckt vieles gut. Aber das ist so für mich so ein typischer Fläscheweper-Geschmack. Hat jetzt für euch absolut null Mehrwert, aber es ist halt so. English Mixture London. Ghost, glaube ich, heißt das. Ghost ist der Hersteller. Das ist schon, da musst du schon mehr Tabakfreund sein. Da meine ich jetzt wirklich Richtung Pfeife. Also wer Pfeife geraucht hat früher, da ist man hier ein bisschen schon besser zu Hause. Und das mag ich dann auch. Also wenn es wirklich so, wenn es mal so ist wie früher, wenn man so Pfeife oder auch mal Zigarren geraucht hat und das Umfeld am liebsten geflüchtet wäre, weil es in der Bude schon so gestunken hat. Das waren aber dann so diese herben, extremen Tabaknoten, die ich dann immer wieder auch gerne geraucht habe. Und das erinnert mich halt abends irgendwie mal so in der Pfeife oder so. Heißt du, sein Astrosierer, ich grüße dich. Und das erinnert mich halt dran. Auch nämlich nicht zu süß. Es gibt das hier auch immer so extrahierte Tabakgeschichten, die dann halt einfach übersüßt trotzdem noch werden. Das mag ich auch nicht. Herb und ein bisschen ins Gesicht schlagend. Und tatsächlich auch immer noch die Umwelt ein bisschen belästigend. Und zu Hause riecht es dann tatsächlich auch ein bisschen herber nach genau diesem Liquid. Fittus, ich grüße dich. Jetzt labere ich so viel, ich möchte wieder mal dampfen da. Ein Tabakaroma, das auch ein bisschen gespalten hat, finde ich. Da habe ich sehr viel Unterschiedliches gehört. Nebelfee. Manu El Tobacco. Tatsächlich süß. Das riecht schon wieder. Das riecht schon sehr süß. Und das ist das, steht aber auch drauf, Vanilla Custard Aroma. Also man darf auch erwarten, dass das hier süßer ist. Das ist ja nicht nur reines Tabakaroma. Ist für mich auch so drei, vier Wochen gegangen. Drei, vier Wochen habe ich das weggedampft und wirklich gerne gehabt, bis ich dann ehrlich gesagt andere Tabakaromen bekommen habe. Unter anderem auch das, was ich jetzt gerade gezeigt habe. Und das hier einfach abgelöst hat. Also das ist süß, das ist sehr dezent, das ist sehr leicht tabakig. Tom Pate Ezi schreibt auch, schmeckt kaum nach Tabak. Also es schmeckt nach Tabak, aber es ist wirklich, man kann nicht sagen, das wäre im Vordergrund. Überhaupt nicht. Das geht so ein bisschen mit, das Tabak. Das nimmt man so mit. Aber im Vordergrund ist auf jeden Fall die süße Vanille. Und wenn man das halt mag, diese Mischung, Haupt, es gab früher, gibt es halt auch noch, nur halt nicht für mich, Zigarillos. Zigarillos, die sehr mit einer Vanillenote auch noch versehen waren. Ich habe die immer aus München mitgenommen. Beim Rathaus, da hinten gab es immer einen Laden. Ich habe mir immer eingebildet, dass mir das schmeckt. Warum, weiß ich nicht. Das hat mir, glaube ich, nie geschmeckt. Aber egal. Und das ist auch so. Diese Zigarillos waren früher so, ich sage, waren früher, wie gesagt, wird es heute noch geben. Du kriegst ab der zweiten Schädelweh, aber nicht ob des wahnsinnig starken, rein hämmernden Tabaks, sondern vielmehr wegen dem ganzen künstlichen Vanillearoma. Und das ist hier auch, nein, ich habe kein Kopfweh bekommen, aber es war eher dann schon dieses too much. Es war mir dann schon zu süß und zu vanillig für ein angepriesenes Tabakaroma. Das Halloweenchen, geil. Das war für mich jetzt eben nicht großartiges Thema. Kaffeeklatsch. Cappuccino. Ich glaube, das war eines meiner ersten Tabak, äh, Kaffee, Kaffeearomen, die ich mir zugelegt habe. Das ist auch fast leer. Ich habe das hier allerdings, und deswegen kann ich jetzt hier gar kein aktuelles Urteil abgeben. Ich habe mir die noch als DL angemischt. Sprich, 0 oder maximal 1 Milligramm Nikotin, also viel zu wenig für mich jetzt hier eben für MTL. Und hier ist aber so wenig nur da drinnen. Das bringt mir jetzt nichts, wenn ich das hier jetzt noch aufspritze von halben. Also wenn ich das jetzt noch aufspritze da mit Nikotin und noch ein bisschen Base, dann wird halt maximal der Geschmack in den Minusbereich wandern. Ich kann mich aber erinnern, dass ich es im DL-Bereich gerne gedampft habe. Kaffee-Klatsch, Cappuccino, aber wird wohl, das lasse ich jetzt gleich heraus, und das wird wohl jetzt Abflug machen, da ist fast nichts mehr da drinnen, kann ich mir ersparen, ja. Tabak, natürlich mag ich das. Natürlich auch wirklich eines meiner Favoriten. Hier ist auch der Sherlock Holmes drauf. Klemmer Vape, aus der Schweiz. Patricia, Gruß an dich. Sherlock, also aus der Schweiz weiß ich auch nur, weil hier groß eben, ja, das Kreuz da drauf ist. Das wird wohl ein kleiner Hinweis sein. Sherlock, ja, und das ist auch eines meiner Favoriten. Das habe ich so gern. Das muss ich einfach sagen, ja, wenn ich es noch aufkriegen würde. Da habe ich auch zwei gehabt. Das ist dann schon die dritte. Ach Gott, großartig. Ripping for Ink, für Restmengen gibt es Tröpfel, ich grüße dich. Ja, aber mir ist es halt einfach viel zu wenig. Nicodin und DL haue ich mir jetzt keinen Kaffee mehr rein. Das ist es halt, ja. Kostet sicher gleich mehr. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob ich das über The Wapping Gentleman Club habe oder woanders. Ich weiß es nicht mehr, wo ich das her habe. Theoretisch sogar aus der Schweiz von der Messe. Ich weiß nicht mehr, ja, wo ich das her habe. Ich weiß nur, dass ich da drei Flaschen gleich genommen habe. Nein, das war nicht bestellt, das war irgendwo vor Ort. Weil ich kann mich gerade erinnern, dass ich das an einem Stand gekauft habe. Also Messe, das war Messe. Strenger Tabak, aber nicht so wie das London vorher. Also das ist ein bisschen weicher, ein bisschen sanfter. Trotzdem absolut für Pfeifenraucher. Pfeifentabak. Hat nichts mit Zigarettentabak zu tun. Und das ist schon wirklich härter, herber Sherlock Holmes, alter Pfeifenheld, ja. Das ist für mich auch wirklich kein Oldie. Das kann ich nicht als Oldie dampfen. Das ist halt eben so klassisch mal bei einem Bier am Abend oder bei einem Wein oder bei einem Cognac oder was auch immer. Auch mal ohne Alkohol, aber ihr wisst, was ich meine. Eher so chilliges, abendliches Dampfen. Aus dieser superbelebten Messe statt. Möglich. Es kann sein. Es kann sein, ja. Das kann schon sein. Luxus Liquid für den österreichischen Influencer. Ich kenne keine österreichischen Influencer. So geht es schon mal los hier. Habe ich das schon gezeigt? Das habe ich schon gezeigt. Billi der Kitt, oder? Ja. Habe ich schon mal gezeigt. Billi der Kitt habe ich jetzt hier eben nochmal nach wie vor eigentlich meine Referenz. Warum dann das, wenn ich sage, das andere liebe ich so sehr? Weil das hier ist für mich, Billi der Kitt kann ich auch als Oldie, auch als Oldie dampfen. Das ist leicht mit diesem nussigen Geschmack dabei und leichteres Tabak. Das kann ich problemlos von der Früh weg den ganzen Tag über dampfen. Diese anderen herben, starken, ich kann es nicht anders beschreiben jetzt, ja. Extrem Pfeifen-Tabak-ähnlichen schaffe ich eben nicht als Oldie, ja. Gibt genug, denen das Wurscht ist wahrscheinlich. Für mich nicht apropos Wurscht. Da sind wir im Bereich vollkommen egal. Tobacco with Brazilian Coffee klang für mich großartig. Also Tabak mit Kaffee, warum nicht, gibt es ja schon hundertmal. Riecht schon, riecht schon, nein. Also da kann ich jetzt gar nicht viel mehr anderes sagen. Es ist eine MTL-Serie von Flavor Tree, auch von einer Messe, auch keine Ahnung. Aber das hier ist, du hast dein Wurst-Liquid, ja. Aber das ist es nicht, ja. Zu süß, zu pumpig irgendwie. Das ist für mich schon beim Riechen. Du weißt nicht genau, was es sein möchte. Ich weiß nicht genau, was es sein möchte. Wird auch gleich ausgemistet. Schon hundertmal, kurzmal angedampft und immer relativ schnell ausgewaschen. Dann wieder den Verdampfer. Das ist bei mir wirklich, man kann es so sagen, durchgefallen, ja. Ja, uralt bei mir schon, uralt. Psychobunny. Vielleicht wer es noch kennt. Psychobunny. Hat tatsächlich ja Cappuccino mal rausgebracht. Als Limited Edition. Jetzt weiß ich eben gar nicht, wie limited diese hier war. Und Cappuccino, was erwarte ich da? Natürlich eher leichten Kaffee, weil hauptsächlich Milch. Und das hat das hier erfüllt. Allerdings natürlich auch schön gesüßt. Also das ist jetzt hier nicht zuckerfrei. Und auch das hier erkennt man überhaupt nicht, ja. Aber das ist es. Psychobunny Cappuccino. Überraschend gut. Für meinen Geschmack. Schmeckt vielleicht auch nicht so, wie beim allerbesten Barista jetzt irgendwie, wenn man sich da jetzt ein Cappuccino bestellen würde. Feiner, feines zwischendurch, feines zwischendurch Ding. Ja, warum nicht? Tabak Liquids riechen manchmal wie Maggi. Gott Lob habe ich diese Verbindung jetzt noch nicht gehabt. Ich traue mich jetzt, Black Agent, nie wieder an einem Tabakliquid zu riechen. Stell dir vor, jetzt habe ich ab jetzt diese Assoziation Maggi. Na gut, ich könnte es mal noch in die Rindsuppe dann hineinträufeln. Aber mit Nikotin auch blöd. Auch blöd. Coffee Time. Habe ich schon eines hergezeigt. Das, wo ich gesagt habe, das sieht doch hier sehr aus wie Starbucks. Sehr Starbucks ähnlich. Das ganze Mocker Latte. Und Mocker Latte ist bei mir eindeutig hinter dem anderen. Diesen, was war das andere hier? Gott, weiß ich nicht mehr mehr. Ja, das andere eben. Finde ich auch jetzt nicht mehr. So, wenn jetzt einmal das Video kommt, hinten her anschauen. Mocker Latte ist nett, aber nicht so gut wie das andere. War das hin zum Pumpkin Zeug auch? Ich weiß nicht. Ja, Pumpkin Latte, irgendwie das war das. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wenn man halt ein zweites hat von so einem Hersteller, das einem halt deutlich besser schmeckt, na ja, dann bleibt das halt hier immer so ein bisschen über die Hälfte. Werde ich nicht mehr so häufig jetzt hier, nicht mehr so häufig geben. Schöne Versace, ihr wollt mir sagen, dass Secret Royal oder Royal Wings das Beste der Besten ist. Mit diesem Hersteller kommen wir noch jetzt extra. Da gibt es nämlich einige. Nebelfee, Kaffähnchen, das ganz normale Kaffähnchen. Auch weniger süß als das, was ich vorher hier gezeigt habe. Trotzdem für mein Gefühl süß, aber angenehm noch. Das heißt, das hier, Nebelfee, normale Kaffähnchenaroma. Es ist eines, es ist nicht so in die Fresse hauender Kaffee. Es ist nicht über stark. Habe ich aber auch manchmal ganz gerne, dass es eben wie ein starker Espresso mal irgendwie schmeckt. Das ist es da hier halt nicht. Das ist es hier halt nicht, ja. Und fast leer. Fast leer. Milk Coffee, Kaffeepause. Team Shots. Findet, dass ihm da wirklich was Gutes gelungen ist? Süßer, süßer Milchkaffee. Genau das, was draufsteht, ist auch da drinnen. Und kann man wunderbar, kann ich auch wunderbar als Olde nehmen. Habe da nur einmal etwas gehabt. Nur, das war Eigenverschulden. Maximal und viel zu viel Nikotin nochmal rein. Ja, selber schuld. Da wir ganze Flaschen irgendwie nochmal weiter verdünnen müssen. Dann war dann der Geschmack weg. 1.000 Schaas. Insgesamt aber, wenn man es richtig mischen kann und wenn man auf die Menge kommt, die man möchte. Super Olde-Geschichte, ja. Ein bisschen hinterher kommt Robusta Schoko von ebenfalls Kaffee-Pause, also ebenfalls von Thomas von Steamshots. Gut, aber für mich nicht so gut wie der ganz normale Milchkaffee. Aber das ist halt jetzt reine subjektive Geschmacksfrage. Ja, wir sind bei beiden, bei beiden wirklich weit weg von schlecht. Kann auch das am Tag über ganz gut dampfen. Aber käme halt einfach vom Ranking, von meinem Geschmack her dahinter. Ich finde es auch gar nicht einmal so leicht, einen guten Kaffee-Geschmack zu machen. Es gibt sehr viele Kaffee-Aromen. Aber wahnsinnig viele davon sind durchschnittlich bis egal, meines Erachtens, ja. Wild Curve, Headshots. Eine meiner Favoriten sind Headshots. Ich kann es nicht anders sagen. Headshot-Concentrates machen für mich die großartigsten Kombinationen, Kompositionen. Ich liebe sie. Mir ist es scheißegal, ob die 32 Euro kosten, ob die 20 Euro kosten, ob die 35 Euro kosten. Ist mir vollkommen egal. Genial. Ich liebe diese Geschmäcker. Nicht alle, nicht alle und darauf kommen wir jetzt auch, aber viele davon, ja. Ich bin bereit, wenn für mich die Qualität spitze ist, viel zu zahlen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wir sprechen hier von 200 Milliliter. 200, ja. Nicht eine 60er Flasche, eine 120er, 200 Milliliter. Das ist schon, da kommst du schon mal übers Wochenende. Kokos riecht schon wunderschön da raus. Ich versuche jetzt hier nochmal genau alles hier zu lesen, was denn da so drinnen sein soll. Französischer Rum. Also hier wieder ein altes Problem. Mit Mascarpone Buttercream, Entschuldige. Mascarpone Buttercream und ich brauche eine Lesebrille. Ich brauche eine Lesebrille und noch irgendwas und dann steht hier noch irgendwas und überhaupt. Und Limoncello, Espresso, Limoncello, Buttercream und Rum. Und das reicht mir doch schon. Das reicht mir doch schon, um wirklich zu sagen, ach Gott. Ich wüsste keinen Grund, warum ich das jetzt hier nicht gut finden sollte. Ist mir eines der Liebsten. Das kommt ziemlich gleich auf. Toni, grüße dich. Ist ziemlich gleich auf hier mit der Pirne. Die beiden sind wirklich einer der Fantastischsten. Also ich bin gerne bereit, wenn es für mich dann passt, Geld auszugeben. Royal Wings. Ich glaube, das wurde gerade hier erwähnt. Haben wir hier. Ja, nicht kosten, wenn es nicht schon länger als sieben Wochen rumsteht. Reife Zeit extrem lang. Dafür alleine schon, wenn man es riecht. Alleine schon, wenn ich das hier rieche, geht mir das Herz auf. Ja, Kentucky Bourbon Whiskey mit 17 verschiedenen Vanilletypen, also Aromen halt. Kokosnuss und Almonds, was war Almonds? Mandeln, oder? Also könnte ich auch als Parfum nehmen. Könnte ich auch als Parfum nehmen. Oder wieder mal so. Also, aber leider. Ist ja nicht so gedacht. Wobei, dann wäre es teuer. 200 Milliliter für über 30 Euro und dann hier wegtrinken. Wäre nix. Das wäre nix, ja. Das habe ich gerade gezeigt. Das ist das Gleiche, was ich gerade schon mal hatte. Noch ein zweites Fläschchen davon. Also genauso, wie man jetzt sagt, das soll das Beste sein, könnte ich ja auch sagen, wie kann das jemandem nicht schmecken. Das ist halt, Geschmäcker sind verschieden. Aber jetzt ist euch dann auch klar, was mir für Sachen schmecken, für Liquids eben wirklich gut schmecken. Und dann sind wir jetzt hier schon bei einem Negativbeispiel hier von Headshot Concentrates Demeter, Demeter oder so ähnlich, ja. Soll wohl, was ist das? Erdbeere, oder? Ja. Erdbeere. Geht nicht. Geht nicht. Es geht einfach nicht, ja. Sweet Strawberry, Creamy Vanilla Custard und Baked Cookies. Es hilft nichts, wenn hier halt einfach, wenn hier halt einfach das Strawberry, die Erdbeere so, und das ist schon so viele Wochen alt. Das wird nicht anders. Das wird für mich jetzt nicht besser. Nein. Künstliche, schreckliche Erdbeere. Die anderen Sachen, in den Himmel zu loben für mich, aber das ist absolut nichts für mich, ja. Absolut. Behalte egal, welches Liquid bekomme ich, Magenbrennen. Zum Glück habe ich das nicht. Zum Glück habe ich das nicht. Herakles findet sich auch hier. Nach was schmeckt denn das hier eigentlich? Sweet, also griechisches Joghurt mit Vanille und Cookies halt wieder. Das ist jetzt, ich glaube, noch nicht alt genug, noch nicht reif genug. Schmeckt zu dezent im Moment auch noch für mich. Das heißt, es riecht schon ganz gut, aber noch, das braucht noch. Da kann ich wirklich noch kein endgültiges Urteil abgeben. Steht jetzt, ich glaube, vier Wochen mal rum. Vier Wochen in etwa. Das reicht nicht. Wann kommt das vom Clarks-Bashing oder Lobpreis? Das ist doch auch dein Job. Das musst du doch mit übernehmen. Die habe ich, glaube ich, extra ganz hinten. Extra ganz hinten. Aber da brauche ich nicht viel sagen. Da ist die Meinung, glaube ich, schon bekannt. Aber gut, andererseits, das kommt ja hier auch als Video. Und dann sieht man, welche ich mag, welche ich nicht mag. Das können wir schon machen. Antimeta, XOR, wer kennt es, wer mag es. Habe ich gedacht, ich muss es haben. Ist wohl großartig und überhaupt und überhaupt. Pfirsich-IST gegen warme Sonnenwinde. Jetzt ist ein Problem. Ich glaube, dass das hier funktioniert für mich auch im DL-Bereich. Was habe ich aber gemacht? Ich habe es mir angemischt für MTL. Und für MTL ist mir ein Pfirsich-Eistee einfach zu Wurscht. Das ist nichts. Nicht für meinen Geschmack. Somit, glaube ich, tue ich dem Ding Unrecht, wenn ich sage, es ist nichts, aber nicht im MTL-Bereich für mich. ein paar haben wir noch. Wir sind noch nicht ganz durch. Headshot. Reiner ist die 1968. Habe ich spät entdeckt und bin da eigentlich auch eher durch Zufall, weil ich über die Seite mal so durchgeschaut habe, was da so gibt. Und ja, nehme ich das halt mit, bestelle ich das halt. Und dann kam das. Und da war ich schon auch nach zwei, drei Wochen enttäuscht und irgendwann, keine Ahnung wann, war es dann plötzlich genau das Richtige. Nachdem hier aber nichts draufsteht, müssen wir jetzt einmal schauen. Ich weiß jetzt wirklich nicht auswendig, weil ich rieche es jetzt hier auch. ist es irgendwas mit Alkohol, glaube ich. Ich rieche es jetzt hier nicht raus, aber oder weiß es vielleicht jemand von euch, dann bitte raus damit. Dynasty 1968. Da. Wir mal da. Und schauen wir mal gemeinsam. Stop all bundles, bla bla bla. nach was das hier wirklich schmecken soll. Da. Oh, wir sehen was. Ja, Patricia, danke. Das wollte ich jetzt schon noch positiv hier bemerkt wissen. Vanilla Butter Cream, Fluffy Biscuit, mit Hatch von Cinnamon, den rieche ich gar nicht einmal so ehrlich gesagt raus. Also unten wäre es auch auf Deutsch gegangen. Also Zimt rieche ich jetzt hier gar nicht einmal so wirklich raus, muss man ehrlich sagen. Wenn man es jetzt hier weiß, dann verlaubnis, grüße dich, wenn man es hier weiß, die Vanille merke ich und auch nussig, aber es ist gut. Das ist doch super. Internet ist Hexerei. Meine Rede. Meine Rede, meine Herren. Und da haben wir natürlich dafür genug geschaut. Für das, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt, dass da hier Zimt drinnen ist, aber jetzt wo man es weiß, warum nicht. Brillen für 2,95. Hier steht es nicht mal oben. Oder ich bin so schasaugert. Nein. Hier steht es nicht oben. Also jetzt komm. Demeter. Noch einmal. Habe ich leider noch einmal hier und wird auch das zweite nicht schmecken, weil es gleich hier drinnen ist wie beim ersten. Royal Wings. Wings hatten wir noch nicht, glaube ich, oder? Ach. Die heißen leider alle ein bisschen, doch hatten wir, die heißen leider alle ein bisschen zu ähnlich, dass ich die selber jetzt nicht unterscheiden könnte, nur wenn ich den Namen höre. Das ist ein bisschen Marketing-technisch bin ich jetzt nicht so ideal. Also außer man ist hier Headshots Concentrate Ultra, dann kann man die alle auseinanderhalten. Ich nicht. Etwas, was glaube ich mal gut gemeint war, für mich aber auch in die Hose ging, von Headshots war Grim. Grim. Corona ruined everything around me. Daraus dann die Abkürzung C-R-E-A-M. Cream. War so, sollte ich glaube ich irgendwie so Eiscreme darstellen mit was, Schoko, Vanille oder irgend sowas und Erdbeere, keine Ahnung mehr. Entweder auch, weil ich es MTL angemischt habe und das halt nichts war für mich oder es war einfach nichts. Also nicht für meinen Geschmack. Das ist leider auch so ein Überbleibsel, das ich ganz gerne zwar habe, weil es halt irgendwie, ja mein Gott, das war ganz lustig gemeint, aber Vanilla, Haselnuss, Karamell, Mousse und Zimt, das ist doch ganz was anderes und hat für mich das nicht getroffen. Also wie gesagt, auch bei Headshots gibt es natürlich dann Sachen, die nichts für mich sind. Darf ich eigentlich dann hier so ein Video ein kurzes dann draus, also kurz, haha, über das Thema Liquids dann machen, wenn man die Alkohol trinkt und das dann auf YouTube herzeigen? Ich habe keine Ahnung, ob YouTube dann sofort Band, ja? Keine Ahnung. Unter den Kilositzen stehen überall Kisten, auch so habe ich jetzt seit kurzem und habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt, Blaubeere, Blaubeere mag ich, das ist gut, Blaubeere ist okay, Zuckerwatte ist hier der Hersteller, das ist okay, aber ich habe ihn noch nicht so richtig, ich muss es hier ab 26.07., ich schreibe das immer ganz gerne darauf, ab wann dann irgendwas hier schon zu dampfen ist, also dann quasi die Reifezeit vorbei ist und habe da, wenn es vier Tanks waren bis jetzt, viel durch, ja? Wenn es vier sind, sind es viel und heißt aber auch, dass ich das jetzt nicht weg suchte, also nicht sofort gekostet und ich liebe es, aber auch nicht schlecht gewesen, aber das ist so im Mittelfeld, ist irgendwie so im Mittelfeld, hier wird wieder über das Popcorn aus der Reihe 8 gesprochen, ja, im Frühling, da kommt dann der Frühjahrsputz, dann wird hier wieder, aber alles neu kommt dann hier, Leckerei, Milchreis und Zimt von Bang Juice, Bang Juice und ich, wir haben auch so ein, so ein Verhältnis irgendwie, wie, also im TL-Bereich, wie ich noch nur TL gedampft habe, hatte ich immer wieder welche, die ich, wie soll ich das sagen, kurzfristig, habe ich mir ganz viel vernichtet von verschiedensten Aromen, aber dann rasch nicht mehr, nicht mehr sehen konnte, geschweige denn, dampfen konnte. Im TL-Bereich habe ich es dann oft gar nicht versucht, weil das wieder, dann nicht diese Geschmäcker dann jetzt wieder waren, auf die ich mich mit mir selber geeinigt habe. Leckerei ging aber lange Zeit gut. Ich mag Milchreis, ich mag Zimt und das ist aber eher, das ist halt so wie Müllermilch, Milchreis. Nachdem ich den auch ganz gerne mag, geht das hier, aber auch nicht als Oldie. Auch so zwischendurch, weil, naja, Pengjuice spart auch mal nicht mit Süße und das haut einem auch die Plomben raus. Also das ist schon auch, strecke ich es mehr, wird der Geschmack flacher, das mag ich auch nicht, weil rein der reine Geschmack, der passt mir schon. Ach, aber das Süße. Zu süß, eindeutig, ja. Fostiland, True Love, habe ich auf der Messe in, ja, Dortmund gekostet und für gut empfunden und da muss man jetzt natürlich auch wieder sagen, schmeckt es künstlich, ja, zu 100%. Das hat nichts, nichts von einem natürlichen Innerstoff, das ist für mich so diese, diese Campino-Zuckerl, da gab es auch verschiedene Geschmacksrichtungen und an eines erinnert es mich jetzt schon, an eines erinnert es mich jetzt mal schon, ach, Black Agent ist jetzt wieder aufgewacht, er ist voll dabei, True Love, ist absolut True Love. Also es ist ganz gut, es ist gut, ich gehe nicht so weit, dass es True Love ist, aber es ist gut, es ist halt wie ein bekanntes Zuckerl für die Österreicher, Bonbon, viele Deutschen und die Schweizer wahrscheinlich sagen auch, weiß ich nicht, Bonbon, Props, ich weiß nicht, ja, Süßigkeit, ja, ja, süß, mega, mega süß, aber das erwarte ich auch, wenn etwas so schmeckt, wie eine Süßigkeit, dann ist es schon fast im Namen, Zeltli, cool, also gut, Zeltli kommt natürlich vom Zelt, behaupte ich, hätte ich jetzt mal nicht sofort mit dem Zuckerl, aber, aber wie gesagt, gut, schmeckt mir, aber halt, man muss da schon, es muss einem klar sein, da ist, schmeckt nichts nach irgendeinem natürlichen Aroma, das ist einfach Zuckerl, ja, Zeltli gefällt mir aber, ja, wir hatten schon lange kein Alkohol, oder, Drunken Pudding, ja, süß, und das nach Back Juice, was, ja, es ist süß, komm, auch hier, Zerbaba, Drunken Pudding, ist natürlich, um Black Agents Puls wieder runter zu bringen, auch süß, das ist auch süß, es ist, es gibt ja nicht nur eines, was süß ist, ja, das war lange Zeit, wie ich angefangen habe mit MTL, und zwar eigentlich nur dann mit MTL, war Drunken Pudding mein Favorit, auch schon wieder so, dass es verdächtig viel war, und schon verdächtig viel gedampft wurde, und zwar so weit, dass es mir dann irgendwann wieder zu viel war, aber längere Pause dann gebraucht, und jetzt geht's wieder, aber halt nicht mehr als Olde, so zwischendurch, wer hat hier Tom Clarks erwähnt, Aroma 02 Johannisbeere Minze, eine meiner Liebsten von dieser Serie, ja, Minze, ja, Minze erinnert natürlich auch an Kühle, klar, aber es ist nicht so, dass mir hier der Hals wegfriert, wenn ich das hier dampfe, ja, ja, also, von dieser Aromen-Serie ist Johannisbeerminze, ja, authentisch im Geschmack, und die Minze trotzdem ein bisschen vordergründig, wenn wir das mal so sagen dürfen, und riecht schon geil, riecht eigentlich, das ist für mich wirklich ein gelungenes, gerne auch Olde, warum nicht, das geht auch als Olde ganz gut, ja, Swankenpudding, kenne es früher von meiner Oma, eigentlich, von meiner Oma hatte ich es nie, von meiner Oma hatte ich es nie, Alkohol, hier, Wild Gin, Wild Gin, auch von Barber, ist gut, ist ein schönes, gutes, sommerliches Liquid, was mich hier aber gestört hat, was aber auch draufsteht, dass es das hat, einfach diese Fruchtnote, ich hätte einfach ein ganz klassisches Gin Tonic lieber gehabt, das hat halt einfach, riecht schön parfümiert, aber nicht übertrieben, dass du jetzt hier Schädel wegriecht, schon beim hinriechen, aber es hat halt einfach diese Fruchtnote dabei, und das muss einem halt klar sein, wenn man jetzt hier nur reines Gin Tonic erhofft, auf einmal das Gin Fizz, Gin halt, ist das hier wahrscheinlich nicht das Richtige, weil es hat einfach einen sehr dominanten Nebengeschmack, und das ist für mich jetzt nicht, das ist eben jetzt für mich nicht dieser Gin, sondern eher diese wilde, was war das, Erdbeere, ja, die durchaus, wie gesagt, durchaus gelungen ist, aber es muss einem klar sein, das ist jetzt hier mehr Beigeschmack als Gin, Trotzdem, hin und wieder geht das, aber jetzt kommt bald die Winterzeit, da wird der wahrscheinlich wieder eingebunkert werden, so eine Handvoll haben wir noch, ach ja, Black Agent, tut mir leid, ich mag's, weißer Hahn, und weil ich weißer Hahn sage, auch schwarzer Hahn, und da ist es mir völlig wurscht, welches, die geben beide, tagsüber, in der Früh, am Abend, eigentlich immer, ausnahmslos, fantastisch, fantastisch, weißer Hahn, schwächer als schwarzer Hahn, nicht so intensiv, nicht so reinknallend, und dann lasse ich es jetzt auch schon wieder, weil, schon oft genug bei mir gehört, dass ich die wirklich beide mag, ein Tom Clarks, wo sich, viele, oder relativ viele einigen können, auch sogar diejenigen, die Tom Clarks an sich nicht so mögen, und ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr gekostet, muss ich mal wieder einmal hineinschmeißen, und zwar, Soya Classic, Soya Classic, so sieht das hier aus, wunderschön, nach was schmecken die, Jonny Versace, die Frage, bin ich einfach nicht in der Lage zu beantworten, diese Frage ist fast niemand in der Lage zu beantworten, lies dir die Beschreibungen auf der Webseite durch, und hoffe, wenn du es kostest, dass du das rausschmeckst, du kannst es ja trotzdem lieben, diese Geschmäcker, aber die Beschreibung, und das, was du dann schmeckst, und nein, Black Agent hat nicht recht, so, ja, Tom Clarks, da ist noch so eins, ja, Zitrone, Kirsch, das war für mich eher so, ja, ja, auch jetzt, weil ich es halt so rieche, es ist wirklich nicht, nicht schief gegangen, es ist schon Zitrone mit Kirsch, nur halt so ein bisschen, mir ein bisschen zu wenig intensiv, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich halt eben Tom Clarks Fan bin, und natürlich auch andere Sachen gewohnt bin, und hier geht es einfach nicht darum, dass das hier Kompositionen sind, das sind einfach die klassischen Aromen, hier hast du eben Zitrone und Kirsch, und das ist da drinnen, und mehr soll da auch nicht rausgeschmeckt werden, mir war das hier einfach ein bisschen zu wenig, gut, dem Herrn Tom Clarks auch wurscht, aber für mich war es halt so. Black Hole von Antimeta, das, das, war auch lange Zeit, ganz weit vorne, nicht nur bei mir, also Black Hole, war, ich weiß zumindest mal hier in der österreichischen, oder in der Wiener Dampfer Community, ich sag es mal so, der Renner, ja, der Renner, das wurde weggesuchtet, von vielen, magst ja auch Litchi-Aromen, noch nie gekostet, glaube ich, Patrizia, ja, ist ein sehr weit verbreitetes, gut, gut gehendes, oder es ging gut, wie es heute ist, weiß ich nicht, das suchtet meine Frau und nur das, ja, also es ist gut, es ist wirklich immer noch eines, Vanille und Rum, und darunter steht schon, nicht von dieser Welt, aber auch hier, bitte Reifezeit, zumindest meine Erfahrung jetzt hier, dass ich das auch einige Wochen stehen habe lassen, und das dann wirklich happy war, also drei bis vier Wochen stand das locker mal rum, ja, er verkauft halt eher Emotionen als Geschmäcker, wichtig ist, dass es nachher dann schmeckt, aber ich könnte es ja auch nicht beschreiben, ich könnte es ja auch nicht beschreiben, warum auch immer, hat mich das, was ich hier jetzt in Händen halte, ein bisschen zu sehr enttäuscht, Vanille, Rum, eigentlich Vanillepudding mit einer Rumnote, und das Ganze hier von Dr. Kero, riecht auch fantastisch, es riecht gut, es lässt vermuten, dass es gut ist, aber, es hat mich, wie sagt man so schön, nicht abgeholt, also das ist leider bei mir, als eher nicht so toll durchgefallen, gibt ja auch andere vom Hersteller, wo ich sage, ja passt, aber das hier war es halt nicht, Er könnte einem Eskimo auch einen Kühlschrank verkaufen, ja hoppla, Schorsch, ich grüße dich, Dr. Kero, Keulkiller vor dem Herrn, was mir wurscht ist, ist, was mir zu 100% egal ist, also jetzt beim Selbstwickeln, wenn es mir schmeckt, aber das war es halt hier nicht, belgische Waffel, Pfeife Element, ein bisschen unscheinbar, und man sieht es ja sowieso nicht egal, Humus, naja, das ist, dabei ist das hier gar nicht mal grün, das ist nicht mal grün hier oben, sollte eigentlich gesehen werden, aber, auch egal, ist mir zu künstlich zitronig, und schon wieder kritisch hier, wenn hier ein bisschen weniger, diese künstliche Zitrone, da, da, ja wie geht es vor deinem Gesicht, nö, also, wenn hier weniger künstliche Zitrone, da drinnen wäre, so dieses, Zitronenkonzentrat, so schmeckt das halt, hätte das hier schon was werden können, aber, ansonsten, es riecht schon unangenehm, es erinnert mich beim Riechen, ich meine es wirklich nicht beleidigend, aber an Putzmittel, ja, an irgendwelche, Art Reinigungs, Mittel, also, danke für fast vom Stuhl fallen, siehst du, ich muss nur eins machen, ich muss nur mir irgendwas vor das Gesicht halten, und schon, gern geschehen, habe ich heute angemischt, genau das hier, oder mit belgischer Waffel, dann bin ich gespannt, ob du danach, auch, ja, so, der muss leider in die Badewanne, ich spreche vom Badreinigungsmittel, und da, ins Team geht baden, also, wunderschönen guten Abend gewünscht, und viel Spaß in der Badewanne, nimm die Ente mit, bis zum nächsten Mal hoffentlich, Poolparty, Poolparty, ist ein bisschen Neid, jetzt kommt schon ein bisschen Neid auf, ja, ich sitze da mit dem grauseligen Rosé Wermut, der hat Poolparty, naja, Neid ist ein Hund, gell, aber ich bin auch gleich durch, drei, vier oder so, sind hier noch, und das war es dann schon wieder, ja, Forrest, muss ich mir wieder geben, ist leider, warum auch immer, ein bisschen jetzt in den, ach Gott, ich liebe es schöner, wenn ich es rieche, in den Hinterhalt hier geraten, einfach, weil es mal, weggeräumt wurde von mir, und halt andere Fläschchen da rumstehen, 510 Bakery, Forrest, Schwarzwälder Kirschtorte, das bleibt jetzt hier vorne stehen, das muss morgen wieder mit, Belgische Waffel, aber ich dampfe es ja, MTL, ja, so wie ich, also es ist ein Nassresierer, so wie ich, und ich möchte jedes Mal danach, das Bad putzen gehen, aber ich wünsche dir, dass es für dich besser ist, also Quatsch, DL, okay, okay, also, hat das denn auch eine Alkoholnote, bei welchem sind wir, Patricia? den Rest vom Forrest kriege ich auch nicht alle, weil es dir nicht mehr schmeckt, oder wie Carlos, also ich muss das jetzt wieder ranholen, und unbedingt mir wieder einwerfen, und Schwarzwälder Kirsch hat doch auch so ein bisschen so Alkohol, jetzt hier, es ist aber nicht im Vordergrund, aber hat nicht Schwarzwälder Kirsch auch so Alkoholnote, oder kommt das halt von diesen eingelegten Kirschen, oder ist da rum drin, ich weiß nicht, Schwarzwälder Kirsch, ansonsten, ich habe sie selber noch nie gebacken, wird auch so bleiben, wird auch so bleiben, dann muss ich es nicht probieren, Kirschwasserl ist da drinnen, soll sein, ja, also eben von den eingelegten Kirschen halt irgendwie, ja, aber, oh, gutes Zeug, hier das Gegenteil, We Weiss, ich glaube man spricht so aus, die Climbers Serie, das habe ich wirklich hier von, Rapping Gentleman Club hier, mitgenommen, oder mir schicken lassen, ich war einfach neugierig, weil hier immerhin auch Ginseng hier drauf steht, als, als Inhaltsstoff, oder als Aroma, seither weiß ich, was ich nicht mag, Ginseng, riecht nach Null, also nix, das muss man sich schon ganz weit, mehr wie so ein Corona Test, in die Nase stecken, dann könnte man erahnen, aber das sieht dann aus, wie wenn ich so irgendwie, Nasenspray gerade hier inhaliere, aber es schmeckt scheußlich, also für Leute, die jetzt wirklich, wie soll ich sagen, die Nasein-Freunde sind, wird das wahrscheinlich Hammer sein, wie gesagt, dank der Weeping Gentleman Club, weiß ich, was ich nicht mag, gegen Nasein, und deswegen bleibt auch das jetzt hier draußen, und dann haben wir noch eines, naja, eines und ein halbes, das halbe nehme ich vorher, Doppelherz, das ist jetzt hier einfach zufällig, eine fertige, ein Probel quasi, 10 Milliliter, Dinner Lady, ja, Lamentat, das geht immer, das geht immer, hatte ich zwar auch eine Phase, wo es mir mal zu viel war, aber im Prinzip geht das immer, und jetzt leider, ihr wisst es, Onkel Nickis Eierflip, einer meiner Liebsten, dann dachte ich auch, dass Nickis Nörgl Nougat, mich auch abholen wird, also, falsch, wenn man es nur riecht, ist es nicht schlecht, dann riecht es halt schon so schockig, nach Nougat, alles, wenn man aber halt einfach schon weiß, dass dieser Geschmack, einen dann so überhaupt nicht abholt, dann stört einen plötzlich auch der Geruch, Nickis Nörgl Nougat, so heißt das, Nickis Nörgl Nougat, wird es natürlich jetzt auch nicht mehr geben, warum? Bei der Hersteller, Five Stars, Peine, ja leider, aufgehört hat, ja, das heißt, da gibt es auch nur noch Restbestände, um das tut es mir jetzt persönlich nicht so leid, um den Hersteller, allemal, und um, natürlich, was ich wirklich weg suchte, Onkel Nickis Eierflip, aber hier, dass da, Nickis Nörgl Nougat, ich glaube, ich glaube, und das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt hier kritisiere, aber ich glaube, mich stört, dass es zu extrem nach Nougat schmeckt, und da ist jetzt schon die Erklärung dämlich, bei einem Ding, das ja Nougat heißt, und sogar Nörgl Nougat, also eigentlich nörgle ich herum, dass es nach Nougat schmeckt, so, trotzdem, es gibt auch ein Zuviel von etwas, und das ist mir hier halt einfach viel, ich glaube, das waren sie, das waren die MTL Liquids, Applaus, 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 ich habe alle durchgebracht jetzt hier, die mehr oder weniger, random bei mir im Verdammt Verlanden, die ersten, die ich gesagt habe, waren die, die auf jeden Fall jetzt mal immer dabei sind, das sind so die, die ich halt jetzt so habe, besitze ich noch andere Liquids? Ja, das sind aber jetzt oftmals tatsächlich DL Liquids, zwei sehe ich sogar, doch die, ich zeige sie her, bringen nicht viel, aber, ich war doch mal in den USA, also nicht nur einmal, aber, da habe ich mir Niksoldt Liquid mitgenommen, kann euch wurscht sein, ihr werdet diese hier nicht bekommen, habe ich mir dann nämlich nochmal mitbringen lassen, im Nachhinein, die erste habe ich, die ersten beiden habe ich hier schon ausgedampft, und mir halt dann von jemandem, der in die USA geflogen ist, gebeten, das wieder mitzunehmen, Traube ist immer so eine schwere Sache, Traube ist immer schwer, aber hier fetzt halt einfach, ich muss es so sagen, hier fetzt halt einfach das Nikotin ganz gut, hier steht 50 Milligramm da drauf, grüß Gott, und beim zweiten stehen 45 Milligramm drauf, und das ist Strawberry Cake, künstlich, super künstlich schmeckend, funktionieren wunderbar in Pottsystemen, für alle, die das jetzt hier sehen, als Video, diesen Teil, vergesst es, bei uns in der EU, nur bis 20 Milligramm pro Milliliter erlaubt, kann man hier, darf man hier, in Wahrheit gar nicht einführen, aber, es wurde mir halt geschenkt, ja, was soll ich machen, wegschmeißen, wäre auch schade, aber das sind eben dann die, die wunderbar in Pottsystemen funktionieren, grandios in Pottsystemen funktionieren, ja, weiß jemand, ob wenn man auf eine Frucht allergisch ist, das Aroma auch nicht verträgt, oder kommt es darauf an, ob natürlich oder naturidentisch, Patricia, bin jetzt kein Pharmakologe, kein Chemiker, ich würde es aber zu 100% genauso begründen, mit dem was du schreibst, kommt darauf an, ob es natürlich extrahiert ist, oder halt einfach mit chemischen Substanzen, dem Ganzen nahe kommt, nur rein geschmackstechnisch, also, wenn ich jetzt hier, Tom Clarks ansehe, und der nimmt halt jetzt wirklich die Aromen, und extrahiert es tatsächlich aus Zitrone, und du würdest dann in irgendeiner Weise, darauf reagieren, dann würde ich schon sagen, dann kannst du allergisch reagieren, stell dich aber jetzt aus irgendwelchen anderen Präparaten, Du wirst wahrscheinlich niemals, wahrscheinlich, wenn du Erdbeerallergiker bist, auf diese künstlichen Erdbeerjoghurts reagieren, weil da hast du sowieso 0% echte Erdbeeren da drinnen, ich weiß, es gibt auch welche mit echten Erdbeeren, aber es gibt, man kennt diese klassischen, ich sag mal, Billigstorfer, also günstigsten, ja, der schlechtesten Bedingungen, Erdbeeren maximal aus Bodenhaltung, und diese dann, also die Erdbeeraromen, zusammengemischt, und das verkaufen sie dir als Erdbeerjoghurt, ich glaube nicht, dass du dann allergisch reagieren kannst, auf dieses Joghurt, weil keine Erdbeere da drinnen ist, ja. Polizei soll ein Verbrechen, ja, so ist es, SEK, 40 bis 50 Milligramm Nikotin, Nik, Solt, Nikotinsalz, ist jetzt auch kein Pämmerl, ist auch nicht nix, aber, ja, also 40 bis 50 Milligramm normales Nikotin, nein, das ist nicht, das ist Nik, Solt, Nikotinsalz. Ist dem Gesetzgeber aber wurscht, es ist trotzdem nicht erlaubt. So, das waren meine MTL Liquids, jetzt nur quasi so als Abschlussfindend für das YouTube Video, ich hoffe, hat ein bisschen weitergeholfen, dass man jetzt eben sieht, welche Referenzen sind das, was dampfe ich, nach welchen Kriterien bewerte ich dann eben solche Gerätschaften, ja, also, ich hoffe, es konnte ein bisschen weiterhelfen.